Und der Held ist… Zakarek ist der neue Held des Königreichs. So, was machen wir denn? Wir haben vorhin alle Konsumgüter in der Welt vernichtet. Du kannst auch gerne mit Einfluss drauf nehmen, indem du sagst rechts, links oder Kiste öffnen oder sowas. Du kannst auch gerne Blödsinn schreiben, solange du dich an die Sprachetikette hältst. Ich glaube, ich hätte eine Idee, was wir machen können. Okay, der Charakter ist wirklich kacke, weil er so statisch ist. Mal kurz den Helden wechseln. Ja, oder einfach mal ihn hier. Ja, wir brauchen das Schwert, um da vorne weiterzukommen. Wir haben auch schon den König getötet und so weiter. Was? Haben wir nicht gerade das Schwert geholt? Oder bin ich einfach nur dämlich? Jetzt. Ich bin dämlich. Deswegen ist halt so ein bisschen Puzzlespiel und so weiter. Es gibt halt dutzende Wege, die man gehen kann. Die Wache dadurch auch schon drölfmal getötet. Wir wollen den Enterhaken haben. Und Saku, erzähl doch mal, wie war dein Tag? Wie war die Arbeit? Bezeit das Wochenende wird. Der Helden hat ja wenigstens was zu erzählen hier. Kann ja nicht sein, dass er link ist und stumm ist oder sowas. Oh, ernsthaft? Kann ich hoch genug springen? Okay, wir können doch nicht da lang. Ich hätte das Huhn nicht mitnehmen sollen. Na ja. Dann geht's halt hier weiter. Ich schwimm bald ein. Na komm, tu mal was richtig überladen. Neh mal die Bomben mit. Wir sind ja echt für so einiges zu fett. Äh. 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 Okay, die waren wir auch schon. Ach so. Okay, man kann sich da dran fest ankern. Äh. Äh. Aber schön, dann kann Nina ja auch die, ähm... ...die IP entsprechend... Oh Gott. Ich finde es so schön, dass das Blut da unten dran klebt, was uns geplatscht hat. Okay, das hatten wir das letzte Mal schon. So wie Knopf. Nein. Du hältst den eine Tonne Amboss. Zackrock konnte der Versuchung nicht widerstehe Platsch diesen sexy Amboss in seinem Inventar aufzunehmen und fiel direkt in den berüchtigten Ambosshof. Er belübte den Sturz einig Sekunden, bis der Amboss seinen abenteuerlichen Schädel in abenteuerliche winzige Stücke zerschmetterte. Briefbeschwerer. Zwei Tage später. War das ein Albtraum? Es fühlte sich ziemlich real an. Zackrock war sich nicht sicher, aber er beschloss sich für eine Weile von Ambossen fernzuhalten. Nur für den Fall.